Die Polizei fragt einen Mann, warum haben sie ihre Kreditkarte nicht gemeldet, als sie ihnen gestohlen wurde. Der Mann antwortet, der Dieb hat weniger ausgegeben als meine Frau. Daraufhin die Polizei, und warum melden sie es jetzt erst? Der Mann, ich glaube die Frau des Diebes hat angefangen, die Karte zu benutzen.